Hallo Freunde, ich hoffe euch geht's gut, mir geht's gut. Freunde der Volksmusik, da sind wir wieder zum allerletzten Teil des Mega-Abreißer-Formats Raid, Mai, Bücherregal. Der allerletzte Teil, ja, der allerletzte Teil, Leute, es ist so, ich habe mich, was das Format angeht, kreativ ziemlich gesättigt und ich freue mich einfach im neuen Jahr auf neue Formate, auf neue Abenteuer und deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim allerletzten Teil von Raid, Mai, Bücherregal. Lasst dem letzten Teil ganz viel Liebe zu kommen. So Freunde, es wird ernst, wir gehen an die Bewertung der Bücherregale und natürlich wird wieder nach internationalem Standard, nach den drei anerkannten Bücherkritikskriterien bewertet, nämlich ich bewerte die Sortierung, die Auswahl und natürlich die Optik. Wir schauen, wer heute mit dabei ist. Diese vier mutigen Bücherregalbesitzer stellen sich heute meiner knallharten Bücherregalkritik. Wir haben einmal Belen, Buch und Papier, Romana, bekannt aus Romanas Bücherwelt und Mascha. Ich bin sehr gespannt auf eure Bücherregale und ich wünsche uns allen viel Spaß. Wir starten mit der Nummero 1, die Belen. Belen? Belen. I don't know. Sorry. So Belen, ich freue mich sehr auf dein Bücherregal. Es tut mir leid, wenn ich deinen Namen verhunze. Ich tue, was ich kann. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze erstmal im Überblick an. Hier erstmal der Überblick. Wir sehen, du hast ein mehrteiliges, ziemlich schmalgliedriges Bücherregalsystem, aber ich muss sagen, das sieht irgendwie ganz schnieke aus. Irgendwie macht es auch den Eindruck, als hätte man enorm viele Bücher, aber ich glaube, du hast auch einfach viele Bücher. Aber was man natürlich auch gleich sieht, so viel Luft ist hier jetzt auch nicht mehr. Du müsstest also demnächst mal anbauen oder aussortieren oder draufbauen. Also prinzipiell müssen ich und mein Mann ja mit dem arbeiten, was wir zugeschickt bekommen. Mein Mann hat mir gerade gesagt, dass die Bücher, also die Fotos der Bücherregalreihen sind nicht ganz sortiert. Deswegen arbeiten wir einfach mit dem, was wir zugeschickt bekommen haben. Wir möchten ja auch keine Fallstudie zu jedem Foto oder jedem Bücherregal eröffnen. Wir schauen einfach, was für Fotos wir zugeschickt bekommen haben, wie sich das Ganze hier dann einsortiert. Das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber trotzdem denke ich, dass wir eine gute Idee davon bekommen, welche Auswahl du hier in deinem Bücherregal hast. Was man von vornherein sagen muss, ich mag, dass hier die Bücherregale belichtet sind und ich mag die dezente Deko hier oben. Auch diesen Fake-Deko-Kaktus gefällt mir sehr gut. Ansonsten sieht man aber, du hast schon vereinzelt Deko hier im Regal. Aber natürlich aufgrund des Platzes wird sich das wahrscheinlich hier eher in Grenzen halten. Dann schauen wir mal in deine Bücher-Auswahl. Ich würde sagen, wir fangen mit diesem linken Regalkomplex an und hier haben wir ein paar Nahaufnahmen von diesem äußersten linken Regal. Okay, wenn wir ganz oben anfangen, haben wir einmal Judith Holofernes. Das ist die Liedsängerin von Wir sind Helden. Mag ich sehr, wusste ich gar nicht. Die hat inzwischen, glaube ich, ein neues Buch rausgebracht. Ich glaube, das ist ein Gedichteband. Ich bin mir nicht sicher. Aber ansonsten kenne ich hier noch Katsui Ishiguro, Ferdinand Shirach, natürlich, was denn sonst? Und wenn wir uns fallen lassen, haben wir Sarah Kutner, Mohakami, Mängelexemplar habe ich gelesen, das von Mohakami habe ich nicht gelesen, Eduardo Mendoza. Das sagt einem was. Aber was? Okay, du scheinst auch ein paar spanische Dinge. El pequeño vampiro y la gran conspiration. Aber, ah, guck, The Vegan hast du aber auch auf Spanisch. Dias Sinabre. I don't know. Mein Spanisch wird auch immer besser. So, hier ganz unten sehen wir noch Thomas Manns Buddenbrooks. Aber ansonsten erkenne ich hier eben aufgrund des Formats recht wenig. Wir schauen mal weiter. Aha, neben Rainer Maria Rilke und seinen Gedichten haben wir Hertha Müllers Herztier versteckt. Gleich die Frage, was ist Sortierung? Im nächsten Regalfächchen haben wir Donde Nadite Enquintre. Keine Ahnung, Leute. Die Harp hier auf Englisch. Hier, das kennt man noch, oder? The Vanishing Half. Ja, das kennt man noch. Die verschwindende Hälfte. Keine Ahnung. Wir schauen mal. Das ist eine Monstera hier. Das habe ich erkannt. Das ist eine Monstera. Aber wo sind all ihre Blätter? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da blutet ja mein Monstera-Herz. Ihr wisst vielleicht, ich kann gut mit denen. Aber hier im untersten Regalfach per Anhalter durch die Galaxis. Das ist das hier. Ich bin einfach ein Bucherkennungs-Mastermind. Okay, wir schauen mal, wo wir jetzt sind. So, wir waren hier ganz links. Das heißt, wir machen hier weiter. So, wir starten in den nächsten zwei Fächern. Einmal mit einer wunderschönen Ausgabe von Franz Kafka. Ich erkenne nicht ganz von was, aber eine sehr schöne Ausgabe. Dann haben wir hier Benjamin Lebert, kannst du? Das habe ich in meinen frühen 20ern gelesen. Inzwischen aussortiert. Ich glaube, das müsste ich eigentlich nochmal lesen. Memory Police, Yoko Ogawa auf Englisch. Dann haben wir nochmal ein Katsu Ishiguro. Da waren wir doch vorhin schon mal bei Katsu Ishiguro. Und hier haben wir eine Madrid-Postkarte. Madrid oder Barcelona, Hauptsache Italien. Sibylle Bedford sagt mir gar nichts. Und hier... Ah, Kim Jung Ha, Diary of a Murderer. Das ist doch Aufzeichnungen eines Serienmörders. Ja, ja, man sieht schon, du bist sehr belesen in verschiedenen Sprachen. Sehr interessant. Wir lassen uns mal fallen. Da, hier kenne ich gar nichts. Gar nichts. Ehrenfeld, das Tor zur Welt. Mag man drüber streiten? I don't know. Wow, 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 wow. Hier ist alles... Ah, das ist alles noch Pomp. Ich kann auch gar nichts zuordnen. Nie de Eva in de Adam. Es ist niederländisch. Also, du scheinst aber auf jeden Fall auch eine Nothomb-Liebe zu haben. Ich habe noch gar nichts von der Dame gelesen. Wir schauen mal weiter. Im nächsten Regalbrett haben wir ganz unauffällig hier unten. Jean-Paul Sartre. Nicht schlecht, Herr Specht. So, ich bin mal ein bisschen näher ran. Hier kenne ich, glaube ich, gar nichts mehr ansonsten. Mary Cor. I don't know her. Schrobs. Schrobsdorf. No eres como otras matres. Keine Ahnung. No formt nochmal und... Nochmal no formt. So, dann verliert sich hier die Spur bei den Bildern, die wir zugeschickt bekommen haben. Hier erkenne ich von den Rücken gar nichts, gar nichts. Was ich erkenne, ist hier Shogun von James Clavel, den ich ja mehrfach im Bücherschrank gefunden habe, mitgenommen habe und dann wieder zurückgestellt habe. Eine Katze mag es wohl sein, aber... Also, ich müsste hier echt raten, weil ich glaube, es liegt auch daran, dass du eben viel Englischsprachiges und viel Spanisches in deinem Regal stehen hast, dass ich eben nicht nur deutsche Ausgaben hier stehen habe. Ansonsten wäre es, glaube ich, ein bisschen einfacher, das an den Buchrücken zu erkennen. Was man erkennt, sind hier die Feuchtgebiete, was ich nicht gelesen habe und niemals lesen werde. Ja, und hier stolpern wir über Charles Bukowski, den man auch eher selten in Booktube-Gefilden findet. Mal vereinzelt, kann ich mich vielleicht daran erinnern, ich bin mir aber auch nicht sicher. Aber wenn ihr Bukowski gelesen habt, lasst mir gerne ein Kommentar da, was ihr von ihm haltet. Das ist so ein Autor, der mich gerne interessieren würde, weil man eigentlich denkt, das ist so ein berühmter Name. Aber irgendwie sieht man ihn ganz, ganz selten in Booktube-Gefilden. Oder vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht gibt es einen ganz großen Bukowski-Fan da draußen und ich habe keine Ahnung. Es kann natürlich auch sein. So, hier in den nächsten zwei Fächern haben wir wieder sehr undeutlich erkennbare Bücher. Das könnte noch Schirach sein mit Tabu, das kann ich mir vorstellen. 50 Fragen, 50 Antworten, das kann ich noch entziffern. Ich habe 1000 Fragen und keine Antwort. Ja, ansonsten, wenn wir uns fallen lassen, kann ich nur wiederholen, dass ich echt absolut keine Ahnung habe, wie es bei dir sortiert ist. Vielleicht hast du irgendwie so eine thematische Sortierung. Es hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass ich die Bücher einfach nicht kenne, dass mir einfach nicht klar wird, welche Sortierung hier vorliegt. In den nächsten zwei Fächern haben wir Virginia Woolf. Ja, ansonsten sind es hier sehr starke, geliebte Ausgaben, aber der Bibelcode, das kann ich noch entziffern. Ansonsten, oh, Period Power gegen das Patriarchat, Leute. So, wir sind diese zwei Regale hier bis unten durchgegangen. Ich versuche mal ein Anschlussbild für diese zwei Regale zu finden. Für diese Regalbretter fehlt uns wieder ein detaillierteres Bildformat, aber hier erkennt man Kohen. Kohen ist dieser Mann, ich glaube, er ist so die männliche Lana DeRay, wenn es der Sänger sein soll. Es kann ja auch sein, dass es ein Autor ist, der Kohen heißt, aber der Sänger ist, oder Lana DeRay ist der weibliche Kohen. So ist es. So, was haben wir hier? Hier haben wir auf jeden Fall Virginia Woolf und Oscar Wilde. Dann haben wir Adam und Eva, Romeo und Julia, ihre Buchhändlerin und sie. Jane Austen. Hier haben wir wieder Camus. Ansonsten hätte ich ja gesagt, dass es hier irgendwie englischsprachig zusammenhängt. Und im nächsten Regalbrettchen sehe ich aufgrund des Bildes nicht viel. Die Bücher sagen mir von dem Buch rücken jetzt auch nicht besonders was. Wir schauen mal weiter. Also bei dem Bildausschnitt ist jetzt links und rechts nicht alles drauf. Dafür sieht man jetzt halt besser. Und hier erkenne ich natürlich sofort Hankang mit die Vegetarierin. Und hier drüben haben wir aber wieder nochmal, wieder nochmal, erneut Hankang. Und auch Englisch die Vegetarierin und Deutsch die Vegetarierin. Und dann wieder Deutsch und dann wieder Englisch und dann wieder Englisch. Also du kannst mich vielleicht mal wissen lassen, ob du, wenn du die Vegetarierin gelesen hast, ob du irgendeine Übersetzung, also entweder Deutsch oder Englisch, ob du eine besser gelungen findest. Sowas interessiert mich immer ganz stark, ob es vielleicht auf Englisch besser übersetzt werden kann, als auf Deutsch, wenn es überhaupt einen Unterschied gibt. Ansonsten, Hannah Kent, ah, Hannah Kent, Hannah Kent, kennt man. Wir lassen uns mal fallen. Ägyptische Mythen neben Nabokov. Also, du kannst mich gerne wissen lassen, was für eine Sortierung das ist. Ich komme hier auf keinen grünen Zweig. Wir haben zweimal Sayaka Murata, gefällt mir sehr gut. Kann natürlich sein, dass du einfach einen praktischen Gedanken beim Sortieren hattest, nämlich was passt zusammen in ein Regal und was passt nicht zusammen in ein Regal. Deine kalten Hände von Hankang sind hier auch wieder unten gelandet. Also, ich denke einfach, dass es für dich so Sinn macht. Ich kapiere hier nicht viel. Milan Kundera kennt man aber auf jeden Fall. Auch in der spanischen Ausgabe. Sehr schöne Ausgabe. Ja, dieses Regalfach lässt vermuten, dass es doch irgendwie farblich sortiert ist, aber diese Regalfächer lassen diesen Gedanken halt überhaupt nicht zu. Wir schauen einfach weiter. Hier geht's los mit Yoko Ogawa. Das Geheimnis der Eulerschen Formel habe ich gelesen. Das war, glaube ich, mein erstes von Yoko Ogawa, das ich gelesen habe, ja. Gleich daneben haben wir The Turn of the Screw. Was? Doch, das... The Turn of the Screw. Die Drehung der Schraube. Juli C. Okay. Hat sich gereimt. John Steinbeck. Okay, okay, okay. El Cielo Azul. La Tierra Blanca. Der Himmel ist blau, die Erde ist weiß. Ich werde verrückt. Ja, klar. El Cielo es azul. La Tierra Blanca. Super spannend. Ich habe... Ach, das ist... Das freut mich echt richtig arg. Ich liebe so was. Ich habe es auch gleich erkannt, okay? Wow, wow, wow. Dann schauen wir mal weiter. Das sagt mir hier gar nichts. Wer sind diese... Wer sind diese... Wer sind diese... Okay. Ihr müsst raten, wer diese Menschen sind. Die kennt man bestimmt. Und wenn wir ins nächste Regalfach spickeln, haben wir... Jalom, den kennt man auch. Ja, und Nietzsche weinte. Das Spinoza Problem. Ich glaube, das sind alles Bücher von ihm. Das wäre wahrscheinlich der erste, den du beieinander stehen hattest. Alle anderen hast du ja... Verrissen. Also nicht beieinander stehend gehabt. Las Hijas de la Tierra. Sagt mir gar nichts. Du hast nicht nur sehr breit gefächert, was den Lesegeschmack angeht. Du hast auch viel, wo ich einfach keine Ahnung habe. Aber was man auf jeden Fall noch kennt, ist hier Eduard Schneeden mit beständiger Aufnahme. Umberto Eco. Ich weiß nicht, wie die Bücher zusammengehören, aber ich muss ja nicht alles wissen. Ein Milk & Honey, Sun in the Flowers, das kennt man noch. Das ist so, das... Wie nennt man das einem Instagram-Poeten, ja? Pala New... Pala New... Ja, das kennt man auf jeden Fall auch noch. Wir schauen mal weiter. Hier, Franz Kafka El Proceso, das seht ihr hier nicht, aber El Proceso von Franz Kafka. Oben war ja auch ein Kafka. Und hier haben wir ein Garcia Marquez. Und ein Martin Sutter. Ein Baudelaire. Wieder Nabokov. Ian McEwan. Manchmal sieht es aus, als hättest du die Ausgaben, die beieinander gehören, schon beieinander gelassen. Und manchmal habe ich das Gefühl eher nicht. Und hier in diesem Fach kennt... Ah, Tara West Over Educated kennt man noch, glaube ich, ne? Aber ansonsten kenne ich hier echt nichts. Dann gucken wir mal weiter. Dann kommen wir schon zu den untersten drei Fächern von dem ganz linken Regal. Hier unten fällt es mir wieder ein bisschen schwer, die Dinge zu erkennen. Man sieht, manche Buchrücken sind auch sehr heiß geliebt worden. Identität erkennt man. Ich finde dieses Cover von dem Buch unfassbar schön. Vielleicht lese ich es eines Tages. Aber hier erkennen wir auf jeden Fall noch Daphne du Maurier. Das erkennt man auf jeden Fall. So, wir schauen mal, wo wir sind. So, das heißt, wir haben das hier komplett abgefespert. Wurden überwältigt von einer Auswahl an Büchern und einem Facettenreichtum an Büchern. Ich würde sagen, dann schauen wir hier kurz rein. Haltet mich für verrückt, aber ich glaube, Ted Williams hat man schon mal gehört. Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster, ich weiß. Ah, Frida Kahlo hier. Das erkenne ich. Ein Leben zwischen Kunst und Liebe. Die war ja auch so unglücklich verheiratet. Ganz, ganz schlimm. Was heißt auch? Auch. So, in dem Fall lachen uns wieder Kätzchen an. Der Verdacht liegt nahe, dass du Katzen hast. Also, dass du welche besitzt, nicht, dass du sie hast. Du hast Katzen. Wie sehr du Katzen hast. Hier haben wir Edgar Allan Poe. Es ist einfach alles durcheinander. Das muss man halt auch einfach sagen. Auch wenn es für dich vielleicht Sinn ergibt, für jemanden, der von außen jetzt so an dein Regal tritt und guckt, denkt, was ist hier los eigentlich, Leute? So, in den anderen zwei Fächern unter deinem Fernseher haben wir hier einmal Ballettschuhe, Ruhe des Waldes. Hier ist auch alles gemischt, ne? Auch wenn man irgendwie meint, okay, vielleicht sind hier so die Bildbände, aber hier ist auch Meditation und Kunst zusammen. Und natürlich hier Spiele. Weiter geht's, Freunde, mit dem rechten Schwung an Bücherregalen. Okay, man muss dir zugutehalten, du hattest bisher noch keinen Fitzek und du hattest bisher auch nicht so die üblichen Booktube-Verdächtigen. Natürlich kann man sagen, Hankang ist jetzt auch viel besprochen in Booktube-Gefilden. Genauso wie Sayaka Murata ist auch viel besprochen. Ich habe keine Ohrringe an, ich raste komplett aus. So, wir starten in die letzten Regalfächer mit Drachula-Verzeichnis einiger Verluste. Ich bin schon vor uns sehr grob gehalten, der Titel. Ja, ich möchte mich jetzt nicht festlegen, welche. Es waren ein paar, aber welche genau, erfahrt ihr später. Oh Mann, herrlich, herrlich, herrlich. Oh, das ist Thomas Mann hier. Der Zauberberg, La Montaña Magica. Zauberberg. Dann haben wir einmal Freud direkt gefolgt von seinem Psychologie-Kollegen Peru. Nein, natürlich geht es um das Land Peru. Natürlich hier die Frage, kommst du aus Peru? Welche Sprache spricht man in Peru? Ist es peruanisch? Peruanisch. Welche Sprache spricht man in Peru? Spanisch. Laut Galapagos Pro. Die offizielle Amtssprache Perus ist Spanisch und wird von 84% der Bevölkerung gesprochen. Wieso hast du so aggressiv Spanisch gesagt? Das war arg aggressiv, wie sie Spanisch. Jesus. Daddy, chill. Ja, hier sieht man auch ein traditionell gekleidetes Figürchen, aber ich kann es leider gerade überhaupt nicht zuordnen. Ich würde mich jetzt auch arg aus dem Fenster lehnen und sagen, es sieht vielleicht ein bisschen südamerikanisch aus, aber es könnte ja auch asiatisch sein. Versteht ja, ich möchte mich jetzt nicht festlegen. Auf jeden Fall sieht es süß aus. Dann schauen wir mal weiter. Joi, joi, joi. Okay. Das Buch von Harari kennt man noch. Der Horror der frühen Medizin. Meine Güte, was hier alles beieinander steht. Hiromi Kawakami, die 10 Leben. Das habe ich noch nicht von ihr. Das fehlt mir noch. Wieder eine Yoko Ogawa mit das Museum der Stille. Ja, konnte mich ja nicht so überzeugen, aber ist okay. Heimkern von Yagi Yasi kennt man auch noch. Das ist so ein booktubiger Kandidat, würde ich mal sagen. Ansonsten hältst du dich da wirklich sehr zurück. Was ist das denn? Also irgendwie könnte es eine Echse sein, aber eine Echse, nicht eine Hexe, eine Echse. Irgendwie könnte es eine Echse sein, eine Echse. Die Franzosen reden ja auch so, dass sie ohne H sprechen. Die würden auch sagen, anstatt Hexe würden sie auch Echse. Echse. So, ich versuche mal. Ja, manchmal hilft es ja, wenn man wieder ein bisschen ein Stückchen zurückgeht, dass man ein bisschen mehr erkennt. Aber ich muss sagen, ich erkenne nicht mehr. Wonder Woman. Hier ist Frida Kahlo wieder. An der scheinst du eine große Freude zu haben. An der Frau Kahlo. Ganz tolle Frau. Ich sage das einfach so, weil das jeder sagt. Ich habe keine Ahnung, was Frida Kahlo. Also sie ist ja sehr eigen schon in ihrem Aussehen. Deswegen wirkt sie immer so wie eine sehr interessante Person. Aber ich weiß im Prinzip nichts über sie. Außer, dass sie Bilder gemalt hat. Und wie gesagt, auch sehr unglücklich verheiratet war. Wir schauen weiter. Hier sind wir bei deinen Verranten angekommen. Wie heißt es? Quadrologie heißt es dann, ne? Eine Quadrologie. Von Verranten. Und im anderen Regalfach haben wir Fitzgerald. Von dem habe ich auch noch gar nichts gelesen. Frankenstein würde mich auch noch interessieren. Halt. Ich nehme alles zurück. Frank-Kiss-Stein. Frank-Kiss-Stein. Bruchas. Gerejas. Diosos. I don't know. Bruchas. Bruchas sind Hexen, oder? Bruchas. Sind Hexen. Hexen. Ich bin einfach ein Naturtalent, was Spanisch angeht. Wir schauen weiter. Ja, ein wenig Leben. Das Volk der Bäume. The people in the trees, kann es sein. Aber den neuesten hast du dann auf Deutsch dir reingezogen. Es ist einfach unglaublich. Also ich bin ja eh jemand, der sich schon Mühe geben muss, wenn er, also, es ist einfach anstrengend, in einer Sprache zu lesen, die man nicht eben tagtäglich spricht. Deswegen ist Englisch für mich manchmal schon anstrengend. Und deswegen finde ich es nochmal faszinierender, wenn jemand drei Sprachen hat, in denen er liest. Das finde ich einfach so, boah. Krass. Er ist wieder da. Das hat man nochmal gehört. Aufstieg und Fall des alten Ägyptens. Mein lieber Mann, ey. Mein lieber Mann, ey. Daniel Brühl. Der meint auch, er muss ein Buch schreiben. Ansonsten kenne ich hier aber nichts. Kenza Buche Oe. Jetzt habe ich es erkannt. Hier ist Kenza Buche Oe. Ich bin aufmerksam geworden, weil hier irgendwas mit Tokio hinten steht. Tokio. Und dann, naja, Kenza Buche Oe. Wir schauen weiter. Ah, das ist die Todsünde. Ich hasse das. Ah. Ich hasse das über alles. Also erstmal hasse ich, wenn die Dinger ausgefranst sind. Ich mache immer, bei jedem Lesebändchen mache ich unten ein Knoten rein, weil nichts Schlimmeres, als wenn die ausfransen. Und dann hasse ich einfach, wenn sie da so übers Regal drüber hängen. Ich stucke die immer so zwischen die Seiten. Dann stelle ich so ins Regal. Und weh, das Lesebändchen guckt raus. Das kann ich nämlich überhaupt nicht leiden. Wir schauen weiter. So, hier im Eck winkt uns eine Glückskatze entgegen. Das heißt, Leute, ihr wisst Bescheid, ihr bekommt 15% mehr Glück auf die nächsten drei Tage. Yes. Playboy. Ach, ist es seine Biografie vielleicht? Weil hier ist auch Courtney Love. Und dann kenne ich aber gar nichts mehr hier, weil es von einem sehr schönen Bild verdeckt wird. Hier drüben haben wir Mr. Hemingway in Paris. I don't know. Reden wie ein Profi. Reden wie ein Profi kann jeder, aber könnt ihr auch schweigen wie ein Profi. Das ist die Frage. Wieso geht es immer darum, mehr zu reden oder gut zu reden? Einfach mal die Presse halten. Wir schauen mal weiter. Die seltsamsten Orte der Antike. Ich dachte, der Welt. Nein, der Antike sogar. Mir fällt nicht mal ein Ort ein der Antike. Rom? Das war doch ein Ding früher, oder? So, aber hier über Bitten kennt man und Unorthodox kennt man. Habe ich nicht gelesen. Ich glaube, das wird mich auch nicht interessieren. Ich habe sehr viele Interviews mit ihr gesehen und sie hat auch in einigen Podcasts über ihr Schicksal gesprochen. Deswegen, ja, habe ich das Gefühl, ich weiß irgendwie schon alles, ohne das Buch gelesen zu haben. Zumindest weiß ich das, was mich interessiert. So, hier geht es weiter mit Büchern, die ich nicht kenne, beziehungsweise nicht zuordnen kann. Das ist Well Back. Well Back. Well. Ahm. Badatah. Del. Campo. Del. Sacher. Ausweitung der Kampfzone. Es wird eigentlich nur zur Ausweitung der Kampfzone passen, weil es auch so dünn ist. Die anderen Well Back sind ja, die haben mehr, mehr, wie heißt das? Masse. Mehr Masse. So, was haben wir hier? Ansonsten kenne ich hier aber, glaube ich, echt nichts mehr. Nee, kann ich nichts erkennen. Wir schauen weiter. Der talentierte Mr. Ripley hat man schon mal gehört. Ah ja, das ist Patricia Heismuth. War ja klar. Von der habe ich zwei Fremde im Zug gelesen. Patricia Hochschmidt. Entschuldigung, Patricia Hochschmidt. Meine dunkle Vanessa auf Englisch. Ja, hier lächelt uns noch mal ein Bukowski entgegen. Das sieht sehr Science Fiction oder Fantasy mäßig aus. Aber ansonsten kenne ich hier auch wieder nichts. Nix. Ein paar kannte ich ja. Wir schauen mal weiter. Also der dicke Schinken hier ist von Ernst Pieper, Rosa Luxemburg, Ein Leben. Ja, das könnte ja auch nochmal ein Bukowski sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Es ist ja alles auch ein bisschen Rätselraten hier. Die Revolution der Imperien. Das sieht auch ziemlich Science Fiction mäßig aus. Das darf nicht fehlen. Heute ist nichts lustige Taschenbücher. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja, dann können wir aber gerade wieder raus und wieder rein eigentlich. Es bleibt noch ein Regal. Also ein längliches Regal, das wir uns so im Ganzen angucken müssen. Hier oben erkenne ich kaum was, beziehungsweise die Buchrücken sagen mir auch gar nichts. Ich habe mir auf jeden Fall ein interessantes Bild. Wir schauen mal weiter. Wow, das ist New York, oder? Das ist der Central Park. Ist es der Ecke? Ich rate ein. Das ist New York. Das ist der Central Park. Es könnte irgendwas anderes sein. Es ist bestimmt was anderes. Keine Ahnung, Leute. Man kennt halt nur diese Ansicht. Du wirst mir bestimmt schreiben, was es ist. So, ansonsten von den Büchern hier sieht es wieder so aus, als würde ich nichts kennen. Wir schauen mal weiter. Das ist Dracula, oder? Das könnte noch Dracula sein. So, 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 so. Ja, meine Schwester, die Serienmörderin. Ja, ja. Kurt Cobain, die Tagebücher. Das hatte ich auch als Teenager mir gekauft. Und passend dazu die Biografie des Kurt Cobain. Come as you are. Auch Nirvana. Interessant, interessant. Und dann natürlich nicht zu vergessen, der Klassiker überhaupt für alle Zuginteressierten. Legendäre Zugreisen. Ich bin sehr froh, dass wir auf dieses Buch stoßen, denn ich muss euch von meinem neuen liebsten Hobby erzählen. Und ihr wisst, wenn ich ein neues Hobby habe, dann habe ich instantan eine Obsession. Meine neue Obsession ist, Menschen, die in anderen Ländern mit Zug oder Schiff reisen. Ohne ein Wort zu sagen. Das Wichtige ist, sie dürfen dabei kein Wort sagen. Sie dürfen nur die Kabine, den Sitzplatz, beziehungsweise ihre Reservierung zeigen. Sie dürfen kein Wort sagen. Und so habe ich eben einige Silent-Vlogger gefunden, die quer durch Japan reisen. Mit dem Zug, mit dem Bus oder mit dem Schiff. Und das kann ich mir einfach tagelang angucken. Ich weiß nicht, ob ich was lerne dabei oder nicht. Aber das ist einfach das Faszinierendste auf der Welt, was man alles auf Schiffen sieht. Deswegen verstehe ich deine Wahl hier sehr gut. Legendäre Zugreisen. Ich habe auch schon einige Zugreisen in Japan inzwischen durchgemacht. Faszinierend. Das ist mein neues Format. Andrea, Wintermädchen, rate my Straßenbahnfahrt. Schickt mir eure Straßenbahnfahrt. Nee, Spaß. Schickt mir nichts. So, weiter geht es aber hier in Belenz oder Belenz Regal mit der kleine Prinz. Oscar Wilde. Ja, ja, das kennt man noch. Andrea weiß. Wer war eine Frau? Paris? Paris war eine Frau. Niemand stellt sich zwischen mich und meine Katze. So, das ist eine Ansage, mit der kann ich was anfangen. Es ist klar, du hast Katzen. Du hast Katzen in Besitz. Haruki Mohakami erkenne ich auf jeden Fall. Joyce Carol Oates hat man mal gehört, glaube ich. Auch interessant, dass du einfach, Haruki Mohakami hattest du jetzt, glaube ich, auch in jeder, also nicht in jeder Sprache, in Deutsch, Englisch und Spanisch. Ja, das muss ich lesen. Ich sage es meinem Mann, das müssen wir lesen. Weil da ist man auch in einem Zug unterwegs. So, im vorletzten Regalfächchen haben wir Frank Schatzings der Schwarm. Sehr gut, sehr gut, habe ich gelesen. Hat mich echt positiv überrascht. Sehr wissenschaftlich, aber hat mir sehr gut gefallen. Hier Stefanie Zweig nicht zu verwechseln mit Stefan Zweig. Und im letzten Regalfächchen haben wir nochmal von James Clavel Shogun in einer ziemlich durchgelesenen Ausgabe und Illuminati von Dan Brown. Fast schon ein Klassiker eigentlich, ne? Dann kommen wir zu deiner Bewertung, liebe Belen. So, liebe Belen, hier kommt deine Beurteilung. Wir starten wie immer mit der Sortierung und es ist wahrscheinlich im Durchgang deiner Bücherregale aufgefallen, da ist keine. Also manchmal hattest du ein paar Reihen beieinander stehen, also deine Faranten standen beieinander und ein paar Han Kang standen beieinander. Aber vieles war eben auch auseinandergefriemelt. Ich glaube, das ist einfach deinem Regalsystem geschuldet, weil du eben diese schmalen Regale hast. Und die erinnern mich stark an diese Regalkonzepte, die ich für meinen RUB habe. Also dieses Regal ungelesener Bücher, das ist ja in etwa das gleiche Konzept. Das sind diese ganz schmalen Regale und bei denen muss man eben gucken, wie man die Regalbretter so einteilt, dass große Bücher Platz da drin haben. Also ich kenne dieses Problem, deswegen glaube ich, dass deine Unsortiertheit wahrscheinlich eher deinem Platzproblem geschuldet ist und einfach der Tatsache, dass du gucken musstest, wo welche Bücher von der Höhe her beieinander stehen können. Deswegen würde ich dir für deine Sortierung zwei Sterne geben. Wir kommen zu dem ganz großen Pluspunkt deines Regals, aber das werdet ihr auch gemerkt haben, du hast eine unfassbar große Auswahl. Aber du hast nicht nur eine unfassbar große Auswahl, du hast zusätzlich auch kaum so Bücher drin, wo ich sagen würde, nee, interessiert mich nicht. Also gerade die typischen Genre, die mir schwerfallen, New Adult, Young Adult, ich weiß, es ist keine Genre, aber Daddy Chill. Ja, gerade sowas hast du eben gar nicht. Also ich habe keinen New Adult, Young Adult Roman bei dir gesehen. Ich habe kaum Schmonzetten gesehen, zumindest habe ich sie nicht als solche erkannt. Also es war nichts dabei, wenig dabei, was man eher so dem Mainstreamigen zuordnen würde. Natürlich gibt es ein paar Verdächtige, die man immer wieder hört und die einfach dazugehören, wenn man ein sehr beliesener Mensch ist. Aber ich sage mal so, es gab wenig dabei, wo ich gesagt habe, interessiert mich nicht oder das schon wieder. Sondern man merkt einfach, du hast wirklich einen sehr breit gefächerten Geschmack oder ein sehr breit gefächertes Interesse. Sogar Zugreisen hast du abgedeckt. Ich glaube, das hat bisher keiner. Und deswegen würde ich dir für deine Auswahl, die mir so sehr zusagt, 4,5 Sterne geben. Kommen wir zur Optik. Bei der Optik muss ich sagen, ja, du hast ein weißes Regal. Aber ich sage es mal so, mit diesem sehr dichten Bücherregal. Also ich finde, dein Bücherregal wirkt eben gut komprimiert und sehr massiv, weil eigentlich auch keine Luft zwischen den Büchern ist und keine Luft irgendwo dazwischen ist. Also dein Bücherregal ist voll. Dadurch finde ich, passt dieses weiße Regal. Verstehst du also, du hast nicht so viel freie Fläche, sage ich mal, was mich bei weißen Bücherregalen eben immer ein bisschen, ja, schnell langweilt. Aber bei dir ist überhaupt keine Langeweile in deinem Bücherregal zu spüren, weil eben alles vollgestellt ist, also gut gefüllt ist. Und ich finde, dadurch, dass du eben so viele Bücher hast, kann ich das weiß gut verzeihen. Ich würde dir für deine Optik, auch mit der Dekoration, die du zwischendurch gewählt hast und mit dem ganzen Ensemble, wie es so dasteht, 4 Sterne geben. Dann sind wir bei deinem Bücherregal bei einer Gesamtbewertung von 3,5 Sternen. Vielen Dank, dass du uns an deinem Bücherregal hast teilhaben lassen. Danke, dass du mitgemacht hast. Weiter geht's mit Buch und Papier, bekannt vom gleichnamigen Instagram-Account Buch und Papier. Ich bin sehr gespannt. Das sieht doch sehr vernünftig aus. Wir schauen das Ganze in der Übersicht an. I'm gonna say it. Wenn man deinen Bücher-Account kennt, auf Instagram, dann, glaube ich, erwartet man viel mehr. Aber wenn man so einen sehr gefilterten Blick drauf wirft, dann erkennt man, du hast hier schon recht gute Bücher. Dazu später mehr. Aber ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut, obwohl es weiß ist, Leute. Vielleicht freunde ich mich irgendwann auch mit dem Weiß an. Aber man sieht halt, du hast ja auch dekorative Akzente gesetzt. Hier ist die Pflanze. Hier sind all deine Reklamstapel. Von dem her gefällt mir das schon mal sehr gut. Und wir springen oben links ins Fach rein. Und ich würde sagen, dann gehen wir einfach komplett so die Regalbretter durch, weil sich das einfach anbieten würde. Wir fangen hier oben an. Und das sieht schon sehr gut aus. Mein transsilvanisches Blutgerät ins Kochen. So, Freunde der Volksmusik. Wir starten mit Dana Grigorca, die nicht sterben. Ein Buch, das ich sehr, 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 sehr geliebt habe und sehr, sehr froh bin, dass sehr viele Menschen es auch so sehr schätzen können wie ich. Ja, ein wirklich mal anderes Buch und ein wirklich mal anderes Dracula Buch. Und es geht auch sehr horrormäßig weiter mit Frankenstein, Dr. Jekyll and Mr. Hyde, South and Gothic, Gothic, geht ja auch gerade rum. Und dann haben wir diesen H.P. Lovecraft Schuber vom Fester Verlag, der einfach unfassbar gelungen, also wirklich gelungen ist. Aber du hast ihn gar nicht im Schuber stehen, sondern du hast einfach alles beieinander stehen. Und daneben haben wir Daphne du Maurier, Hex. Wir haben schon immer im Schloss gelebt, möchte ich auch mal lesen. We were liars, sagt mir gar nichts. Aber hier The Haunting of Evelyn Jones, das hat man schon öfter auf Booktube rumschweben sehen. Soll sehr, sehr gut sein. Und dann haben wir hinten noch Shirley Jackson Spuk im Hill House. Also ich merke jetzt schon bei deinem Regal, dass du hier eine thematische Sortierung hast. Eine horrormäßig gruselige, paranormale Sortierung. Das passt für mich soweit. Finde ich sehr gut. Auch wenn man meint, was hat Grigorgia mit H.P. Lovecraft zu tun, finde ich schon, dass es irgendwie passt. Wir rutschen mal rüber. Also hier hast du ein mysteriöses Kästchen, in dem bestimmt, ich rate, deine Lesezeichen drin sind. Und dann hast du eine String of Hearts, der es sehr gut geht, weil wir sehen, sie hat hier neue Triebe bekommen. Kleine, frische, grüne Blättchen. Sehr gut, sehr gut. Dann lassen wir uns mal fallen und rutschen wieder nach links. So, dann haben wir ein wunderschönes Trockenblumenensemble. Ihr wisst vielleicht, ich bin auch eine leidenschaftliche Trockenblumensammlerin, eine sogenannte Troubousin. Aber ich kaufe keine Trockenblumen, sondern ich lasse einfach die Blumensträuße, die ich bekomme, von meinem Mann. Wenn ich denn mal einen bekomme, ich habe schon sehr lange keinen mehr bekommen. Ja, die trockne ich dann und ja, ihr wisst ja, wie mein Regal aussieht. Dann haben wir hier Agartha Christie. Wir gehen mal ein bisschen näher ran. Okay, dann sind wir auch schon bei Arthur Conan Doyle. Und das wird einfach seine Sherlock Holmes, also ich glaube, der hat nur Sherlock Holmes geschrieben, oder? Er hat sonst nichts anderes geschrieben. Von den Sherlock Holmes Ausgaben, beziehungsweise von den Geschichten gibt es ja wunderschöne neue Ausgaben. Aber ich habe ja den Schuber von Sherlock Holmes, ohne den dieses Format niemals möglich wäre. Aber ich möchte diese Geschichten gerne, sehr gerne mal als Hörbuch hören. Und dann, dann, oh, wir wurden zum ersten Mal gefitzegt. Es hat sehr lange gedauert in dieser Folge. Wir wurden gefitzegt. Ja, aber das sind alles so eher ältere Fizzeks. Ich habe kein Fizzek gelesen, aber ich kenne mich doch ein bisschen mit Fizzek aus. Wir schauen mal weiter. Hier haben wir die volle Ladung Nele Neuhaus. So viele Nele Neuhaus hatte bisher, glaube ich, noch keiner. Für die hatte noch keiner eine Obsession. Du bist die Erste. Ich habe noch gar nichts von ihr gelesen. Ich denke, das würde mich auch nicht so... Nele Neuhaus sieht mir ein bisschen so aus wie Charlotte Link. In meinem Kopf gehören die so in die gleiche Richtung irgendwie. Dann rutschen wir mal rüber. Okay, wir haben diese Trilogie von Ragnar Jonasson, Bruder von Joseph, Oliver Pötzsch und Simon Beckett. Aber alle gebunden. Das muss ich jetzt mal, ich muss mich ja echt hoch anrechnen, dass du die gebunden alle hast. Das sieht nämlich gleich enorm elegant aus. Und es sieht auch super farblich abgestimmt aus hier in diesem Fach. Weil du eben die hier hast. Und dann hast du Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß, Schwarz-Weiß. Und dann passt es aber noch thematisch. Sehr gut gelungen. Dieses Fach gefällt mir wirklich sehr gut. Auch hier drüben im Regalbrett sehen wir, hier hast du so deine Krimis, die klassischen. Und dann wird es Thriller-Krimi-mäßig modern. Aber das ist einfach stimmig hier. Also ich kann bis jetzt mit deiner Sortierung einfach sehr gut mitgehen. Wir lassen uns fallen. Im nächsten Regalbrett starten wir mit Dantes göttliche Komödie. Es scheint eine wunderschöne Ausgabe zu sein aus dem Maness Verlag. Achtung, ich switche mal. Also es ist eine ordentliche Ausgabe. Der Maness Verlag hat manchmal so schöne Ausgaben. Aber ja, man muss halt manchmal auch einen Preis dafür zahlen. Dann geht es weiter mit Emily Bronté und Jane Austen. Das sieht auch nach sehr schönen Schmuckausgaben aus. Franz Kafka gesammelte Werke, auch in meinem Besitz. Eta Hoffmann. Noch nichts gelesen von dem guten Herrn. Du hast Dantes göttliche Komödie nochmal in einer Anaconda-Ausgabe. Dostoyevsky. Oh boy! Was habe ich eine Freude mit diesem Typen gehabt. Fyodor! So, thematisch aber sehr passend, dass Dostoyevsky direkt neben Besuch in der Hölle steht. In der literarischen Hölle. Aufzeichnungen aus einem toten Haus. Wird Aufzeichnungen aus dem Kellerloch sein in einer anderen Übersetzung. Oh, hier kommen wir zu einem Stilbruch. Nämlich haben wir hier nochmal Sherlock Holmes. Wo ich dachte, oben wäre schon dein Sherlock Holmes. Aber es kann auch sein, dass du... Ich bin gerade durcheinander, weil danach kommt wieder Dostoyevsky. Deswegen bin ich gerade ins Stocken geraten. Aber ich glaube, die hast du hier, weil die vom Layout irgendwie besser hierher passen. Vom optischen einfach. Und hier kann ich es auch verzeihen, weil die halt wirklich sehr gut hier dazu passen. Wir rutschen weiter. So, ja, hier ist er, der Hauptverdächtige, wenn es darum geht, wieso ich Dostoyevsky nicht mag. Wer die Nachtigall stört, ja, fand ich gut, aber es konnte mich auch nicht so vom Hocker reißen. Wir haben nochmal Bronte mit Jane Eyre und Sturmhöhe. Und dann haben wir Mary Shelley, der letzte Mensch. Sag mir bitte, wie diese Kerze riecht. Riecht die so, wie man es sich vorstellt? Das würde mich echt interessieren. Zischen wir wieder nach links rüber. Es war alles gelogen. Wir rutschen nach rechts rüber. So, im nächsten Regalfach sind wir schon in deiner Harry Potter Abteilung. Wir sehen, du hast hier die klassischen Ausgaben von Harry Potter. Die möchte ich mir auch noch unbedingt mal zulegen, einfach wegen des Retro-Faktors. Und weil es einfach die erste Version von Harry Potter war, die es auf dem deutschen Markt gab. Ihr wisst vielleicht, ich bin dann erst mit der 20-Jahre-Edition in Harry Potter eingestiegen. Hier sind noch die Ergänzungsbände, Quidditch, das Märchen von Beedle dem Baden und fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Dann lassen wir uns fallen und zischen nach links rüber. Hier geht es los mit Die Welle. Ein Buch, das gern als Schullektüre verwendet wird. Dann haben wir... Oh, da merkt man wieder, ich bin Migrant. Und ich dachte, was ist Tierrätik? Was ist Tierrätik? Tierrätik, ja klar. Tierrätik. Dann kommen wir zu Nietzsche mit all so Sprachzachatustra. Oh, dann kommt der Fänger im Roggen, der Junge im gestreiften Pyjama. Nochmal Eta Hoffmann, Hamlet, Andorra. Aber jetzt ist volles Rohr Schullektüre irgendwie. Hier haben wir nochmal einen Thomas Mann. Aber das sieht schon sehr stark klassisch, dem klassischen Sinne aus. Also, ja. Das ist die volle Ladung. Klassik, Leute. So, wir schauen uns das mal näher an. Bertolt Brecht. Alice im Wunderland. Schachnovelle. Thomas Mann wieder. Homophaber. Das ist mein Endgegner. In der Schule gelesen, schlechten Deutschlehrer gehabt. Gehasst. Alles, was ich unter diesem Deutschlehrer gelesen habe, habe ich gehasst. Lesen allgemein unter diesem Lehrer habe ich gehasst. Es war schwer. Ja, dann haben wir Fontane. Oh, Dürrenmatz, die Physiker. Kafkas, die Verwandlung. Das hört sich hier wie ein Sammelsuchium aus mehreren gelebten Leben an Schullektüren an. Der Vorleser von Bernhard Schlink, auch sehr gerne Vorleselektüre, sage ich schon, Schullektüre. Alfred Döblin. Auch gehört. Noch nie was von dem Mann gelesen. Moby Dick. Schon mal irgendwo gehört wahrscheinlich. Dann haben wir den Herr Safon. Wir rutschen noch rüber. Dann haben wir John Krakauer, der nicht ganz zu den Klassikern passt. Aber ich sage mal, ich glaube, das hast du hier hingestellt, weil es einfach ein sehr attraktives Cover ist. In der Büchergilde Ausgabe. Hier haben wir ein paar Lesezeichen. Und wenn wir rüber rutschen, haben wir wieder eine wunderschöne Harald Töpfersammlung. Dir fehlt auch noch, gut, das Video, die Fotos sind ja schon ein paar Wochen alt, ne? Wahrscheinlich hast du inzwischen schon den fünften Band dieser illustrierten Ausgabe von Jim Kay. Ich habe es immer noch nicht. Ich war immer noch zu geizig. Ach, das sieht süß aus. Das sieht toll aus. Die Hedwig hier auf den Büchern. Dann rutschen wir ins nächste Regalbrett. So, wir starten hier mit einem Joel Dicker. Aber wie es aussieht, ist es auch dein einziger Dick, den du hier hast. Ja, würde mich interessieren. Haben dich die anderen dann gar nicht mehr interessiert? Fandest du es nicht so gut? Sogar ich bin geneigt, inzwischen vielleicht eventuell noch mal ein Joel Dicker zu lesen. Dann T.C. Boyle, mit dem ich überhaupt kein Glück hatte bisher. Ich habe nur ein Buch versucht zu lesen. Wassermusik. Hat nicht geklappt. Das war zu wild, Leute. Das habe ich nicht kapiert. Markus Zusack habe ich auch versucht zu lesen. Mit die Bücherdiebin hat mir auch nichts gegeben. Ildiko von Kürti habe ich Monscheintarif an einem Abend durchgefetzt. Hat mich für einen Abend wirklich gut unterhalten. Ich kann nichts anderes sagen. Aber ist jetzt auch keine Autorin, wo ich jetzt noch mehr Bücher von kaufen würde. Der Gesang der Flusskrebse. Auch schon fast eigentlich schon Klassiker. Genauso wie Miracle Creek. Aber ein richtiger Klassiker ist Isabelle Allende mit das Geisterhaus. Das würde ich vielleicht noch von ihr lesen. Dann haben wir hier eine Neil Gaiman und eine Emma Stonex mit die Leuchtturmwärter. Also bei diesem Buch, bei die Leuchtturmwärter, ist wirklich das Herausragende einfach die Atmosphäre, die es schafft. Wenn ich dieses Buch sehe, dann habe ich gleich instantan dieses Gefühl von Leuchtturm. Ich weiß nicht, wie sich Leuchtturm anfühlt, aber wenn man das Buch gelesen hat, hat man, glaube ich, so eine Idee davon. Und auch wenn das kein Lebenshighlight irgendwo für mich war, liebe ich doch so Bücher, die man anguckt und gleich wieder dieses Gefühl von irgendwas bekommt. Deswegen hat dieses Buch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen. Wir rutschen weiter. Wir haben Chris Whittaker, George Orwell, der vielleicht auch zu den Klassikern nach oben gepasst hätte. Haruki Murakami mit einer Okus Lächeln. Das war mein erster Murakami. An das Buch denke ich auch sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Wir haben ein Duett von Juli C. Helge Schneider. Ich brauche nur Helge Schneider lesen. Das ist schon witzig. So, daneben haben wir Anna Gavaldas. Zusammen ist man weniger allein. Das Buch habe ich mal besessen. Und irgendwie, manchmal sortiere ich Bücher aus und Jahre später denke ich, warum habe ich es aussortiert. Und dieses Buch ist auch eins davon. Genauso wie ich in der letzten Folge Früh am Morgen beginnt die Nacht. Bei Pergamentfalter gesehen hatte. Und dann dachte ich mir, nee, das Buch möchte ich nochmal haben. Dann habe ich es mir nochmal bestanden. Obwohl ich es schon aussortiert hatte. Und ich glaube Anna Gavaldas ist auch so ein Kandidat. Mal schauen. Schiffbruch mit Tiger möchte ich unbedingt nochmal lesen. Wir haben nochmal ein T.C. Boyle. Und wenn wir rüberrutschen... Äh... Also ich würde echt eine große Geldsumme darauf verwenden, dass ich Mr. Parnassos Heim für magisch Begabte hassen würde. Richtig hassen würde. Richtig hassen würde. Ich hasse schon jetzt, obwohl ich es nicht mal gelesen habe. Oh, die Farbe von Milch, das erkennt man hier am Buch Rücken. Das möchte ich auch noch sehr gerne lesen. Und im kleineren Fach hier drüben haben wir, das ist so Kinder-Fantasy, Kinder- und Jugend-Fantasy, genauso wie Harry Potter. Tintenherz und Tintenblut und Tinten, das ist doch eine Trilogie, oder? Dir fehlt ein Band. Glaube ich. Bin mir nicht sicher, ich denke, dir fehlt ein Band. Dann die unendliche Geschichte von Michael Ende. Ein Stück deutscher Kulturgeschichte, die mir fehlt und die ich einfach sehr gerne als Hörbuch hören würde. Nicht nur, weil dieses Buch unfassbar schön ist, sondern weil ich einfach das Gefühl habe, mir fehlt dieses Stück. So, dann haben wir hier noch Krabat. Das ist auch eine schöne Ausgabe, diese silberne Ausgabe. Ich habe diese hellblaue, die ist auch so schön, aber diese silberne ist auch so schön. Krabat. Krabat ist auch so ein stimmungsvolles Buch. Ich werde immer dieses Gefühl in mir haben, das ich hatte, als ich Krabat gelesen habe. Und es war einfach ein sehr magisches, mystisches, düsteres, aber trotzdem irgendwie sehr liebevolles Gefühl. Mochte ich wirklich sehr. Das Winterhaus kenne ich nicht, aber es sieht sehr süß aus. Wir schauen mal weiter. So, im nächsten Regalbrett geht es weiter mit Walter Mörs. Okay, ich muss zugeben, dieses Stück deutsche Kulturgeschichte fehlt mir auch. Tribute von Panem habe ich nicht gelesen, werde ich wahrscheinlich niemals lesen. Dann kommen wir zu Tolkien. Ah, der arme Tolkien ist so zwischen, zwischen diese, zwischen Panem und das Reich der sieben Höfe gequetscht, der Arme. So, dann haben wir Magistiefvater. Ja, ja, ja. Ah ja, guck, hier haben wir weiterhin Tolkien. Okay, dann steht da wenigstens nicht ganz alleine da, der Tolkien da hinten. Wunderbar, wunderbar. Das sieht immer noch nach Fantasy aus. Jetzt wird es wild, okay? Jetzt wird es echt wild. Achtung. Okay, ich lasse mal bis hier. Hier haben wir noch, ich würde Harry Potter sagen, Tolkien. Dann, das kenne ich nicht, aber dann haben wir Haruki Mohakami mit Mr. Aufziehvogel. Lucinda Riley. Charlotte Link. Deborah Feldman wieder. Und dann kommt Colleen Hoover. So gut, wie du bisher deine Sortierung hattest, so unentschlossen bin ich gerade, wie das hier irgendwie zusammen gehört. Weil irgendwie gehört es gar nicht zusammen. Ich kann mir vorstellen, dass das noch der Platz war, wo du eben die hingestellt hast, die irgendwie zu keinem anderen gehören. Oder die du vielleicht eben noch nicht gelesen hast. Das kann natürlich auch sein. Wobei, ich denke, die stehen schon so beieinander, weil die eben beieinander stehen. Naja, wir rutschen mal weiter. Das ist so was, das verstehe ich einfach nicht. Das ist genauso wie Sarah J. Maas und ihre endlos lange Reihe. So, hier unten sieht es sehr sachbuchbezogen aus. Wir haben einmal Selbstversorgung. Das große Laufbuch. Ich habe im Gegensatz dazu mir das große Sitzbuch gekauft. Sehr zu empfehlen. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Also ich finde, Bücher heutzutage mit solchen Titeln. Das Buch, ich zeige es euch mal. Ich kann es euch nicht zeigen. So. Also hier. Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen. Ja, schon. Aber manchen Eltern war es eben nicht möglich, solche Bücher zu lesen. Also da ging es einfach um rudimentäre Dinge, wie einfach überleben. War in manchen Generationen. Dann haben wir wieder den Harari, Dame Charme. Nicht gelesen, keine Ahnung. Aber hier, Rhodesian Ridgeback, da bin ich wieder dabei. Hast du einen? Sag mir, ob du einen hast. Achso, ich dachte, es wäre ein Buch über Körner. Körner, es gibt Sonnenblumenkörner. So, also man merkt deutlich, das ist hier so deine Sachbuchabteilung. Und man merkt auch, du interessierst dich so für mehrere Sachen. Ganz ehrlich, ich bin absolut kein Sachbuch-Fan. Ich bin eher so ein Dokumentations-Schauer-Fan oder eben so ein Schauen-Wie-Menschen-Quer-Durch-Japan-Reisen-Mit-Im-Zug-Schauen-Fan. Aber sowas lesen ist halt überhaupt nicht. Leute, ich brauche gar nicht anfangen, über Kochbücher zu reden. Ich weiß nicht, warum es Kochbücher noch gibt. Warum? Es steht alles im Internet. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Okay, bei Kunst verstehe ich, dass man da ein Sachbuch vielleicht zur Hand nimmt. Weil dann sieht man, this is the picture and this is the Künstler. Dann verstehe ich es schon. Kunst der Gotik, Kunst der Renaissance, Expressen, das sollte ich vielleicht mal auch lesen. Dann kommt es zu deiner üppigen Reklamsammlung. Ich kann jetzt natürlich nicht alles erkennen, aber ich glaube, jeder weiß, was Reklam so verlegt. Goethes Faust. Viel von Goethe. Aber dann wird es auch schon mit dem Erkennen für uns sehr schwierig. Aber, ja, ich sage mal so, die Reklam, Reklam-Hefte hat man ja nicht just for fun. Da muss man ja wirklich schon Liebe für haben, wenn man sich ein simples gelbes Buch von etwas kauft. Und daneben haben wir noch Clockwork, Angel, Prince und Princess von Cassandra Clare, die ja auch die Bücher oben drüber geschrieben hat. Aber dann sind wir auch schon durch mit deinem Bücherregal. Liebe Buch und Papier, wir kommen zu deiner Bewertung. So, liebe Buch und Papier, wir kommen zu deiner Bewertung. Wir starten mit der Sortierung. Ich konnte mit deiner Sortierung sehr gut mitgehen. Da, wo ich nicht mitgehen konnte, konnte ich es verzeihen oder habe es eben darauf zurückgeführt, dass es eben so die einzigen Bücher aus dieser Thematik sind, die du hast, die dann eben so nebeneinander stehen. Aber ich muss sagen, deine Sortierung hat für mich sehr viel Sinn gemacht. Deswegen würde ich dir für deine Sortierung 4,5 Sterne geben. Kommen wir zu deiner Auswahl. Du hast in zwei Regalbrettern Bücher, die mich sehr interessieren, die zu den Klassikern gehören, die zur allgemeinen Weltliteratur gehören. Und du hast auch zwischendurch so Bücher, die ich eben auch gelesen habe, wie Haruki Mohakami, wie H.P. Lovecraft, wie Emma Stonex, wo ich eben Schnittstellen bei uns finde. Aber du hast eben auch Bücher, wo ich für mich sage, okay, die würden mich auch wirklich sehr interessieren. Was mir bei dir ein bisschen fehlt, ist noch mehr Auswahl, also ein bisschen mehr Masse. Deswegen würde ich dir für deine Auswahl 4 Sterne geben. Und die Sachbücher da unten, die entfallen ja komplett für mich. Und hier und da gibt es eben so Bücher, wo ich sage, ja, Colin Hoover muss jetzt nicht unbedingt für mich sein, aber wenn du Spaß mit denen hast, ist okay. Deswegen, wie gesagt, die 4 Sterne bei der Auswahl. Wir kommen zur Optik und bei der Optik muss ich sagen, das sieht schon für mich so stimmig aus, aber du hast jetzt auch keinen Platz mehr, das muss man auch dazu sagen. Aber ich finde trotzdem, dass da ein bisschen mehr sein könnte. Also gerade oben auf deinem Regal, das bietet sich ja immer so an, um einfach was schöner zu gestalten. Und deswegen gebe ich dir für deine Optik 3,5 Sterne. Im Prinzip sind es zwei weiße Regale und es ist auch okay so. Ich möchte nicht immer auf den weißen Regalen rumreiten, aber ihr seht ja, dass einfach jeder weiße Regale hat. Und ja, ich bin allgemein kein Fan von weißen Möbeln. Jeder kann in seiner Wohnung machen, was er will. Ich weiß, alles gut. Aber ja, deswegen gibt es von mir für deine Optik 3,5 Sterne. Dann bist du bei einer Gesamtbewertung von insgesamt 4 Sterne, liebe Buch und Papier. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und vielen Dank, dass wir unsere Nase in dein Regal stecken durften. Weiter geht's mit der lieben Romana, bekannt aus Romanas Bücherwelt. Sie hat früher auch YouTube-Videos gemacht. Inzwischen ist sie nur noch auf Instagram aktiv. Aktiv. Ich freue mich sehr auf dein Bücherregal, Romana. Von der Farbrichtung gefällt mir das Ganze schon mal sehr gut. Es ist nicht weiß. Also ich glaube, die große Übersicht haben wir hier in diesem Bild. Wir haben einmal dieses große Regal und dann dieses kleinere Regal, wobei es einfach eine sehr interessante Form hier hat. Das habe ich so noch nie gesehen. Aber ich würde sagen, wie immer starten wir hier oben in dem Regal. So, wir starten hier oben mit die Droiden. Habe ich, glaube ich, nicht habe ich, glaube ich, habe ich schon sehr oft gesehen. Ich weiß nicht, ob es mich interessieren würde. Es sieht irgendwie cool aus. Und Leute, vor allem höre ich ja gerade die Nebel von Avalon und da geht es ja auch um Droiden. Oh mein Gott, dieses Buch. Richtig gut. Weiter geht's. Die hat ja auch Wüstenblume geschrieben, ne? Dann haben wir Apokalypse Z. H.G. Wells. Und dann Dan Brown. Ja, mit Dan Brown ist okay. Also, ja. Ich finde, Dan Brown ist so ähnlich wie Joel Dicker. Kann man mal machen. So zwischendurch zur Unterhaltung reingefetzt. Alles in Ordnung. Und dann haben wir hier ein paar Reklam-Hefte. Von Franziskus von Assisi. Ich glaube, ihr wisst, dass ich davon nichts gelesen habe. Das brauche ich euch, glaube ich, gar nicht sagen. Dann haben wir hier ein Fockel. Wir gehen weiter runter. Im nächsten Regalbrett muss ich natürlich hier auf diese wunderschöne Krone eingehen, die einfach wunderbar aussieht. Ich weiß nicht, ob man sowas, nee, sowas trinkt man nicht zur Hochzeit. Kann man natürlich, wenn man sowas zur Hochzeit tragen will, kann man das natürlich tragen. Ansonsten passt diese Krone einfach wunderbar zu dieser Reihe von Holly Black. Elfen Krone, König und Thron habe ich nicht gelesen. Wisst ihr wahrscheinlich, dass ich das nicht gelesen habe. Dann der Hobbit. Dann haben wir hier ein Reading Journal. Ich führe keins, weil für mich ist Booktube mein Reading Journal, sozusagen. Also das sieht ein bisschen so historisch königlich aus hier mit Philippa Gregory und hier Elfen, Krone, König, Thron. Aber was der Hobbit hier dazwischen, ja, vielleicht ist das ja auch Fantasy. Also eine Sortierung fällt mir gerade noch ein bisschen schwer. Okay, das sieht sehr amerikanische Ureinwohner mäßig aus. Aber die Bücher sagen mir gar nichts. Wir rutschen mal weiter. Leigh Bardugo kenne ich noch. Carolyn Capniss, das kennt man noch. Die schönste im ganzen Land. Ja, aber ansonsten kann man, glaube ich, mit Recht behaupten, also man kann einfach sagen, ich habe nichts aus diesem Regalbrett gelesen. Wir schauen mal weiter. Wir haben jetzt dieses Regalbrett in einer näheren Ansicht gesucht, aber es gibt keine nähere Ansicht, deswegen müssen wir hier einfach reinzoomen. Hier oben drauf haben wir einen Zauberstab liegen. Das erkenne ich natürlich als ambitionierte Harry Potter Leserin, dass das ein Zauberstab ist. Hier haben wir eine dekorative Pflanze, beziehungsweise eine Blume. Dann haben wir eine ziemliche Sammlung an Stefan König. Marion Zimmer Bradley hat ja auch die Nebel von Avalon geschrieben. Ah, hier Donnerby Cross, die Päpstin erkennt man auf jeden Fall. Und wenn wir rüberrutschen, Schinders Liste. Tolstoi auf jeden Fall. Ocean Wong, den möchte ich auch noch unbedingt lesen. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich keinen Sub mehr habe, dann muss ich sämtliche Rate My Bücherregalfolgen nochmal gucken, weil jeder zweite Satz von mir ist ja, möchte ich unbedingt mal lesen. Von dem her habe ich genügend Auswahl, was ich dann lesen möchte. Und ganz hier hinten haben wir noch Lucy Foley mit Sommernacht. Und hier vorne haben wir noch ein fabelhaftes Figürchen mit einem Einhorn und einem netten Mädchen. Sie scheinen sich gut zu verstehen. Wir schauen mal weiter. Wir stolpern ins nächste Regalbrett und das allerwichtigste Buch überhaupt, die Erfolgsgeheimnisse der Millionäre. Lass mich auf jeden Fall wissen, ob es geklappt hat. Mit den Millionen. Ansonsten sieht es so ein bisschen nach deiner Sachbuchecke aus. Scientology haben wir einmal die Akupressurmatte. Das habe ich mir auch schon öfter angeguckt, die Akupressurmatte. Ich weiß nicht, ob es mir einfach zu arg wehtut. Auf der anderen Seite habe ich eine große Schmerztolleranz. Keine Ahnung. Oh, vielleicht, wenn mir auch mal langweilig ist. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ein super gehyptes Buch. Ein super Bestseller. Aber, ja, die Ansätze sind gut, sage ich mal. Aber ich glaube, viele können das nicht alleine bewältigen, was man hier in diesem Buch zu bewältigen hat. Paolo Coelho, viel von ihm gelesen. Der Sahir, habe ich nicht von ihm gelesen. Ich habe alles komplett von ihm aussortiert. Bin ich einfach der Typ für. Wir haben Jane Austen. Denken wie ein römischer Herrscher. Sortierung ist jetzt nicht das, wo ich sage, ja, habe ich verstanden bei dir. Also, wir haben einmal die Sachbücher wild gemischt mit so Klassikern wie dazwischendurch. Der Junge im gestreiften Pyjama, Steppenwolf. Und dann Nick Hornby's A Long Way Down. Von Nick Hornby habe ich auch sehr viel gelesen. Und A Long Way Down ist tatsächlich noch das einzige Buch von ihm, das ich da habe, also nicht aussortiert habe. Und es war auch das erste von ihm, das ich gelesen habe. Einfach, ich habe es einfach sehr gemocht. Und in meiner Jugend, LOL, habe ich eben sehr viel von ihm gelesen. Du hast sogar die englische Ausgabe hier. Wir rutschen mal ein bisschen rüber. So, dann haben wir hier Hieroglyphen. Das hatten wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht. Hieroglyphen. Dann Panikratgeber. Besser. Romane. Schreiben. Können von Fitzsig sein. Aber dann auch wieder die Kunst der Selbstachtung. Wow, wirklich sehr bunt gemischt in diesem Regalbrett. Das kann man, das kann man wirklich sagen, wirklich sehr bunt gemischt. Wir schauen mal weiter. Und bunt gemischt geht es bei dir weiter, liebe Romane, mit die Götter der Griechen. Wer die Nachtigall stört, neben Potsdansky, daneben der Fänger im Roggen und Ken Foylet. Ken Foylet mit die Säulen der Erde. Du musst mir eine Frage beantworten. Die eine Frage ist, gibt es eine Sortierung? Ja, nein, wenn ja, welche? Weil das ist echt, ich habe keine Ahnung. Also richtig, überhaupt keine Ahnung. Für mich ist das alles sehr durcheinander. Weil dann haben wir wieder Bernard Conwell, neben Paolo Coelho, neben Verschwörung gegen Hannibal und danach Zeitenläufer und nach Harry Potter. Also selbst bei Harry Potter ist es bei dir so, dass die nicht in der richtigen Reihenfolge stehen. Oder vielleicht ist es für dich die richtige Reihenfolge, ich weiß nicht. Vielleicht hast du noch, nach mag ich am meisten und mag ich am wenigsten sortiert. Kann ja auch sein. Hier vorne haben wir noch zwei Harry Potter Kerzen. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, wir würden noch die restlichen Bilder beurteilen. Ich kann nicht alle Bilder richtig zuordnen, wo die hier in diesem Regalensemble sein sollen. Aber ein paar kann ich schon zuordnen. Also einiges ist hier so noch versteckt. Aber wir lassen uns einfach drauf ein, was uns die Romana hier zugeschickt hat. So, wir kommen zu diesem einen großen länglichen Fach. Wir starten ganz oben. So, hier wird, glaube ich, klar in dem Fach, dass du dich einfach für sehr viel aus vergangenen Zeiten interessierst. Und sehr viel aus vergangenen Zeiten ist auch sehr viel Religionsgeschichtliches. Wir haben hier die Antike, Mysterien der Antike, Gilgamesch-Epos, I don't know, Leute. Ja, Grundfragen der Religionswissenschaft, große Tragödien, pfoh, hör mir auf. So, und dann kommen wir zu einem, das sieht aus wie ein zusammenhängender, eine zusammenhängende Bänderreihe hier. Hier, orthodoxe Kirche, das würde mich mal interessieren, weil in Rumänien sind doch sehr viele orthodox, ne? Das ist so ziemlich alles, was man sich bei den Religionen so vorstellen kann. Ja, Religionswissenschaften und die Sagen des klassischen Altertums. Das vermischt sich ja auch ein bisschen mit Mythen und Religionswissenschaften und Sagen und dem Lateinischen. Also, man merkt deutlich, du hast hier bei diesem Fach einen thematischen Schwerpunkt. Wir schauen mal in die anderen Bilder rein. So, dann hat uns die Romana noch ihre Funko-Pop-Sammlung eingeschickt. Hier natürlich Hodor, Dumbledore. Hier wird es schon schwer, aber das ist, glaube ich, Jon Snow noch da. Nein? I don't know. Keine Ahnung, Leute. Eventuell ist es Mark Zuckerberg. Aber dann müsste ja eine Echse hier drin stehen. Also, ihr wisst vielleicht, ich kann überhaupt gar nichts mit Funko-Pops anfangen, aber der sieht schon nett aus, weil der hier eben noch mehr symbolisiert diese... Also, der symbolisiert ja die ganze Szene, in der eben klar wird, was mit Hodor war. Dann haben wir noch ein Bild von zwei Regalfächern. Ich würde sagen, wir starten hier oben. So, wir fangen mit einem Klassiker an, nämlich die Bibel, das Buch der Bücher. Dann haben wir noch das Neue Testament, einmal alleinstehend von L. Ron Hubbard. Das ist doch der Herr von Scientology. Kabbalah und Symbolik, keltische Mythen, nordische Göttersagen, Gott allgemein. Ja, man merkt schon, du hast echt schwer deinen Schwerpunkt auf Religionswissenschaften, aber es ist auch ein interessantes Thema. Eigentlich ist es so ein Thema. Man sagt immer, Religion ist so wie ein Geschlechtsteil. Jeder hat eins, aber man sollte es anderen Leuten nicht ins Gesicht halten. Ja, ich glaube, so in den westlichen Ländern ist es ein bisschen verloren gegangen, dass man über Religion redet, weil es gleich als Spuk irgendwie abgetan wird oder als etwas, was nicht ernst zu nehmen ist. Aber es gibt ja so viele Themen, die verloren gegangen sind in unserer Gesellschaft. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch, das ist einmal eins der magischen Hausreinigung. Das könnte ich mir auch mal zu Gemüte führen. Hier sind ein paar Vibes, die mir nicht so gefallen. Die Weisheit der Wicker, nicht zu verwechseln mit den Wikinger. Alistair Crowley. Guck an, guck an. So, hier hinten erkennt man sehr wenig. Wir schauen mal weiter. Hier hinten haben wir Odin und dann einen verlorenen, einsamen Stephen King hier unten. So, wenn wir dann weiterschauen, haben wir hier einmal den großen Autor Jan de Kock. Der Bruder von Joel Dick, ja. Hier haben wir wieder Marian Zimmer Bradley mit die Wälder von Arion. Und wenn wir da weiterschauen, ist wieder alles so in deinem Thema drin irgendwie, ne. Und dann war es das aber, glaube ich, mit allen Büchern und Fotos, die wir von dir zugeschickt bekommen haben. So, liebe Romana, wir kommen zu deiner Bewertung. Und an dieser Stelle möchte ich einfach darauf hinweisen, ich denke, ihr wisst, dass ich ehrlich bin. Deswegen, liebe Romana, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ama, du wirst wahrscheinlich auch wissen, dass hier und da wahrscheinlich ein paar Kritikpunkte von mir fallen werden. Wir kommen zu deiner Sortierung. Beziehungsweise zu der Tatsache, dass alles wild durcheinander war. Also, du hast schon ein großes Hauptthema, das dein Bücherregal bestimmt, nämlich die Religionswissenschaften und dann die verschiedensten Religionen und verschiedensten Glaubensansätze auf der Welt. Aber auch an dieser Stelle hat mir vielleicht ein bisschen ein roter Faden in diesen Glaubensansätzen gefehlt. Also, ich würde es zum Beispiel begrüßen, wenn all deine Scientology-Bücher nebeneinander stehen. Ich muss gerade so lachen, weil mir ist Scientology nicht eingefallen und mir ist die ganze Zeit nur Illuminati eingefallen, aber das ist was ganz anderes. Aber ich fände es zum Beispiel schön, wenn die Religionen so beieinander stehen oder die Glaubensansätze so beieinander stehen. Ja, ansonsten habe ich halt echt keine Sortierung bei dir feststellen können. Auch die Bücher von Marion Zimmer Bradley zum Beispiel oder von Stephen King, die waren ja nicht alle beieinander oder mal unterbrochen von dem anderen Buch dann wieder, was für mich dann weniger Sinn gemacht hat. Ich kann dir leider für deine Sortierung nur einen Stern geben, weil ich keine gesehen habe, weil alles so wild ist irgendwie. Aber das weißt du sicherlich. Dann kommen wir zu deiner Auswahl. Bei jedem der Punkte, die ich bei dir durchgehe, steht einfach dieses große Thema Religionswissenschaften und verschiedene Glaubensansätze und eben die Tatsache im Mittelpunkt, dass ich sehr wenige Sachbücher lese und das ist auch der Punkt, der ist dann bei der Auswahl sehr schwierig, macht sehr viele Punkte mit nach Hause zu nehmen. Jemand, der sich eben für Religionswissenschaften interessiert und eben sehr gerne Sachbücher liest, wäre bei dir natürlich im Paradies gelandet. Aber ja, ich denke, man weiß, dass ich nicht deswegen bekannt bin. Aber ja, du hast schon ein paar Stephen Kings zwischendurch und ein paar belittristische Werke und ein paar Bücher, die man so kennt, sage ich mal. Aber es hält sich doch alles ziemlich in einem Rahmen, wenn man eben bedenkt, wie viele Sachbücher du hast. Ich denke, das weißt du selber, dass du sehr viele Sachbücher hast. Deswegen würde ich dir für deine Auswahl zwei Sterne geben. Kommen wir zu deiner Optik und da spielt jetzt der Punkt Sortierung und da spielt jetzt der Punkt Auswahl mit rein. Ja, das sieht alles ein bisschen wild durcheinander aus und ich denke, für dich passt es so und solange alles für dich passt, ist das in Ordnung. Aber ich habe irgendwie keinen roten Faden erkannt, irgendwie weder in dem Aussehen des Ganzen, in der Sortierung des Ganzen oder in irgendeinem dekorativen Zusammenhang des Ganzen, wenn ich das so sagen darf. Deswegen würde ich dir für deine Optik zwei Sterne geben. Liebe Romana, du hast uns auf jeden Fall gezeigt, was für andere Bücher es noch gibt und wie viele Bücher es über Religionswissenschaften gibt. Und du hast uns vor allem gezeigt, wie unterschiedlich die Interessen der Menschen sind. Summa summarum gibt das für dein Bücherregal 1,7 Sterne. Ich danke dir trotzdem von ganzem Herzen, dass du mitgemacht hast, weil es einfach super spannend ist, auch mal ein anderes Interessengebiet zu sehen und auch mal andere Bücherregalkonzepte zu sehen, als eben so die standardmäßigen Billy Ikea Regale, die alle schön hergemacht sind mit irgendwelchen Funko Pops. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Wir kommen zum allerletzten Regal von Raid, mein Bücherregal und das ist die liebe Mascha. Ich bin sehr gespannt. So, da sind wir wieder beim standardmäßigen weißen Bücherregal, aber wir möchten ja nicht voreingenommen sein. Wir schauen uns das Ganze in der Übersicht an. So, wir sehen, du hast zwei breitere Regale und ein schmales Regal. So, vielen Dank, Mascha. Du hast uns alles wunderbar sortiert eingesendet. Das heißt, wir starten hier oben in dem Regal und bewegen uns dann nach unten. Ganz oben hast du ein paar Kinderbücher stehen. Einmal der Ostermann, einmal der Puppenkopf. Und einmal das Neinhorn. Es ist sogar Prinzessin Popelkopf, nicht der Popelkopf. Es ist seine Frau, die ein Popelkopf will. Ja, wir sehen ganz deutlich, hier oben ist das Thema Kinderbuch. Wir lassen uns einmal fallen. Als erstes lächelt uns hier, ich glaube, es ist eine Diddelmaus. Ist es eine Diddelmaus? Es sieht sehr diddelmausig aus. Shoutout an alle Diddelblockblätter-Sammler. Ich hatte nicht so viel Geld für Diddelblockblätter. Aber im nächsten Regalbrett starten wir mit diesen Kängurukroniken von Marc-Uwe Kling, die ich nicht lesen werde, weil es mich einfach nicht interessiert. Es geht weiter mit Marc-Uwe Kling und dann kommen wir zu der Frau Poznanski. Poznanski, Poznanski, Poznanski. Da steht gar kein Autor auf dem Buchrücken hier bei die Auserwählten. Aber gut, dann haben wir B.A. Paris und Stieg Larsen. Nicht zu verwechseln mit Adler Olsen. Aber Verblendung, Verdammnis und Vergebung. Wir lassen uns wieder fallen. Und Bäm, mal wieder die Tribute von Panem. Du hast sie sogar in zwei Ausgaben. Hier ist nochmal eine Ausgabe. Ist es dieser Band, der noch dazugekommen ist, der davor spielt? Und sogar auf Englisch. Also du bist ein großer Panem-Fan. Das merkt man hier deutlich. Ich muss sagen, der Schuber hier sieht, glaube ich, am schönsten aus. Der sieht richtig schnieke aus. Trotzdem werde ich das, glaube ich, nicht lesen. Hier, den Schuber von der Frau Kerstin Gier habe ich immer noch. Oh, die Todsünde. Mach die Lesebändchen weg. Oh, das triggert mich so arg. Manchmal denke ich, wieso triggert das andere nicht so? Aber dann denke ich wieder, andere behaupten von anderen Dingen, dass diese die arg triggern, wo ich denke, warum soll das einen triggern? Und deswegen, ja, ist es wahrscheinlich so ein ganz individuelles Ding. Aber ich hasse sowas, Leute. Auch hier ausgefranst. Komplett ausgefranst einfach. Die Silberreihe von Kerstin Gier habe ich nicht gelesen. Kerstin Giers Wolkenschloss habe ich gelesen. Etwa total langweilig. Ach, das war einfach. Hat mir nicht so gut gefallen. Habe ich inzwischen einer Zuschauerin zukommen lassen. Habe ich mal spontan auf Instagram verschickt. So, hier haben wir ein Kätzchen. Und Auch dieses Kätzchen. Ach, ließ sich sehr gut streicheln. So, so, so. Hier haben wir Like a Girl. Real Stories for Tough Kids. Kann man machen. Weiter geht's mit dem Instagram-Propheten Rupi Kaur. Oder die Prophetin. Ich bin mir nicht mal sicher. Wahrscheinlich Prophetin. Dann geht's hier viel um Indien. Kann das sein? Hier steht auch Indien. Deswegen denke ich, dass es um Indien geht. Das kenne ich gar nicht. Weiße Magie. Ja, kenne ich gar nicht weiße Magie, weil ich mich nicht mit Magie befasse. Bob der Streuner. Das kennt man. Ach, Naokus Lächeln. Hallo. Das Kaffee am Rande der Welt. Das werde ich auch so sehr... Ich hasse es schon jetzt. Ich brauche es gar nicht lesen. Ich hasse es schon jetzt. Aber ansonsten hier noch Mohakami. Ich muss sagen, hier ist die Sortierung irgendwie keine Ahnung. Es macht Sinn. Hier passt es irgendwie zusammen. Aber John Green irgendwie auch nicht. Und dann passt es irgendwie zusammen. Und dann Mohakami auch irgendwie wieder nicht. Wir gehen mal weiter runter. Im nächsten Regalbrett passt wieder alles wunderbar zusammen. Hier starten wir nämlich mit der vollen Portion Chris Carter. Volle Portion Arno Strobl. und man merkt gleich du bist ja nicht zu schade den Buchrücken durchzubrechen. Richtig durchbrechen. Wenn der Buchrücken nicht gebrochen ist hat man nicht gescheit gelesen. Hier oben haben wir noch Simon Beckett und Cody McFadden. Ich habe von keinen dieser Artisten wollte ich schon sagen Autoren ein Buch gelesen. Aber ich denke ich habe auch nichts verpasst. Also für mich habe ich nichts verpasst. Wir gehen mal eins weiter runter. Die Bücher sagen mir eigentlich hier alle gar nichts. Bis wir wieder zu Mohakami kommen der getrennt von seinen anderen Mohakami steht. Ich muss sagen die Bücherversammlung hier in diesem Regalbrett macht ein bisschen wenig Sinn für mich. Ich kann eher als Hauptthema irgendwie Mädchen mitnehmen. Ich weiß es nicht. Vielleicht liege ich auch komplett falsch. Aber bei Letizia Colombiani geht es ja um Frauen. Bei Elena Farrante geht es wahrscheinlich nicht um Frauen so fies Welt. Ich tippe hier einfach nur ins Blaue hinein. Ich habe im Endeffekt keine Ahnung. Hier hinten haben wir noch das war das Ende von wem auch immer. Ich kenne dieses Buch nicht. Auf jeden Fall hat es einen wunderschönen Buchrücken. Das sieht so aus wie ein Buch das ich aus einem Bücherschrank retten würde weil ich einfach sehr viel Mitleid mit diesem wunderschönen Buchrücken habe. Und hier haben wir noch ein Rentier. Ja okay im nächsten Regalbrett kenne ich erst wieder ab der Nachtzirkus. Der Nachtzirkus. Der Nachtzirkus irgendwas. Der Nachtzirkus möchte ich auch gerne lesen. Ich habe schon so viel davon gehört. Ich kann es auch noch lesen. So viele Leute haben es gelesen kann ich es auch noch lesen. Dan Brown kann man immer wieder mal machen. Dann haben wir noch mal einen verlorenen John Green mit der Schicksal ist ein mieser Verräter der vom anderen John Green getrennt wurde. Wir rutschen weiter. Und hier haben wir Stieg Marta. Das ist der große Bruder von Stieg Larsson wie wir alle wissen. Und hier hinten das Parfüm das ist fast in jedem Bücherregal das Parfüm Paolo Coelho der Alchemist. Der Coelho darf auch nicht fehlen. Oh dann haben wir noch Jane Austen Stolz und Vorurteil Michael Endes Momo Michael Endes Momo ist auch noch ein Stück deutscher Kulturgeschichte die mir fehlt. Robinson Cruz so ganz toll. Ganz toll. Ich glaube hier haben wir so ein bisschen deine klassische Ecke auch wenn die etwas klein ist aber immerhin. Wir schauen mal weiter. Dann geht es hier in dem mittleren Regal weiter. Natürlich die ganz große Frage warum stehen die Bücher so aber wir schauen einfach mal. Also es gibt hier keine Antwort warum die Bücher so stehen und ich erkenne hier wirklich auch nur sehr wenige Bücher. Was ich mir einfach vorstellen kann ist dass das die Ungelesenen sind und dass du die einfach so dekorativ oben hingeschmissen hast und dieses etwas unordentliche oben hinschmeißen macht das ganze eben sehr dekorativ. Ich finde es hat ein bisschen was von kruzstalliger Bibliothek und das gefällt mir sehr gut. Aber wie gesagt ich kann wirklich nur raten dass das deine Ungelesenen sind. Wir lassen uns fallen. Einmal haben wir weit Querwelten weit wann am besten wohin und naturverbunden das ganze sieht so reisemäßig aus zwei um die Welt ja das sieht so mittendurch statt drüber weg. Das hört sich so ein bisschen nach Digital Nomad an also das was jeder heutzutage versucht zu sein und dann haben wir hier irgendwie thematisch unterbrochen die indische Götterwelt. Aber ich kann verstehen dass du das einfach dekorativ vielleicht einfach hingestellt hast weil es einfach sehr dekorativ ist. Das macht hier echt was her. Wir lassen uns wieder fallen. So wir kommen in deine spirituelle Ecke. Ich muss sagen also jetzt warst ja der Nachfolger von erst mal nicht war. Gefällt mir jetzt auch besser weil ich finde es hat einfach einen viel aktuelleren Bezugspunkt und ja im Prinzip spricht nichts gegen jetzt. Aber ansonsten merkt man auch dass du hier eher so a little bit of crystals bist und ein paar crystals auch hast. Bei uns im Ländle würde man sagen Streuner. Streuner. Und hier hast du auch was zum ausräuchern um die schlechten Vibes zu vertreiben kann man alles mal machen. Ich denke das ist einfach so eine ja so eine Wohlfühlsache und so eine spirituelle Sache wo man eben wieder zu sich finden kann. Aber wie gesagt bei uns im Ländle würde man Steuner sagen. Ja aber ich kann auch sagen ich habe hier absolut kein Buch gelesen. Wir lassen uns wieder fallen. Im nächsten Regalbrett lacht uns dann Jussi Adler Außen entgegen dessen Vornamen wir alle durch Raid My Bücher Regal erfahren haben wofür wir für immer dankbar sein werden und wir rutschen rüber. Wir haben eine Lesezeichensammlung das Behältnis sieht sehr schön aus das sieht irgendwie asiatisch aus kann das sein sieht toll aus auf jeden Fall so dann wurden wir wieder reingefitzigt ich bin allein schon empört was was hier auf den Buch steht reingefitzigt wir schauen weiter ach ja guck mal wo wir gerade in dem Regal mit dem Fizik waren und mit den ganz schlechten Sachen auf der Welt waren sind wir jetzt in einem sehr himmlischen Regal mit der kleine Prinz der kleine Prinz der kleine Prinz und vielleicht nochmal der kleine Prinz also man merkt du hast vielleicht eine kleine Vorliebe für der kleine Prinz eine große Liebe für der kleine Prinz aber was wir hier natürlich nicht sehen ist was du hier hast das wird mich jetzt interessieren mir werden 900 Bücher gezeigt aber am meisten interessieren mich die Bücher die mir nicht gezeigt wurden wir lassen uns wieder fallen so hier haben wir einmal von Julie Grigory du hast mich krank gemacht das habe ich in zartem jugendlichen Alter gelesen ich kann mich noch sehr gut erinnern dass ich wie ich dieses Buch gelesen habe ich habe sehr gerne erfahrungsberichte früher gelesen weil es einfach so spannend war was andere erleben und so krass war was andere erleben und das habe ich gelesen und sehr lange in meinem Besitz gehabt aber inzwischen aussortiert aber wie gesagt es war ja an dieses Buch kann ich mich eben noch sehr gut aus meiner jugend erinnern so dann haben wir die kinder vom bahnhof so die wüstentume fast schon klassiker an franks tagebuch ich glaube das ist so deine selbst erfahrungs na wo menschen ein buch darüber schreiben was ihnen widerfahren ist so was würde ich sagen dann geht es hier weiter mit den war da jetzt einfach in jedem bücher egal bisher den braun kann das sein dann 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 haben wir cornelia funke mal wieder das achte leben kennt man auf jeden fall aber ansonsten bin ich hier eher ungewandert wir schauen mal weiter so hier natürlich ganz beliebt hartstopper dann tammy fischer meine ex booktube kollegin und wenn wir rüber rutschen ja ich denke man kann auch hier wieder sagen ich habe absolut keins dieser bücher gelesen wir schauen mal weiter so freunde wir waren in diesen zwei regalen das heißt uns fehlt noch dieses schmale regal so was wir hier oben auf jeden fall haben ist sehr viel kinderspielzeug ein sehr viel authentisches kinderspielzeug was ist hier los bei euch was ist mit ihm passiert er bedrängt ihn auch so sehr hallo und die Heidi daneben die ist auch total schockiert die weiß auch nicht was ist hier los Leute Chaos das ist eine richtige Chaos Truppe Leute aber der gehört auch dazu seht ihr jetzt haben wir noch im letzten Regal von Raid My Bücher Regal was gefunden was einfach so so prägnant charakteristisch für dieses Format ist pures Chaos wir lassen uns fallen so das sieht sehr jung aus sehr kindlich fast schon aber ich denke das wird so was eher zartes jugendalter sein wir lassen uns wieder fallen ah ja ok hier geht es um tierethik wisst ihr ein wenig tierethik hier geht es um tierethik lass mich fallen hallo das ist eine kleine pupsi katsche guck mal hallo hallo klein ist es das erste reale katzenfoto einer realen katze das wir hier haben im regal hallo klein aber ansonsten haben wir hier skype und ian reeds ian reeds doch es war richtig der ending habe ich gelesen es geht sehr intensiv weiter mit der vulva nebenherkunft von sascha stanisic hier kann ich gar nichts zuordnen ehrlich nicht also kim jiyang und syria bock kann vielleicht irgendwie auf mit zusammen hier der vulva auf auf feministische aspekte zurückgeführt werden aber irgendwie passt da gar nicht herkunft rein und why i am hindu irgendwie passt es nicht so rein nein der koran und die frauen passt hier eher dann mit rein stephen hawking ich weiß nicht das hier bin ich thematisch irgendwie gar nicht klar gekommen wir schauen mal weiter ja wo kommen sie denn alle her aus der vulva also die meisten sind lesenpännchen hier die kommen tatsächlich aus der vulva weiter geht es mit navukovs lolita ah der junge bekommt das gute zuletzt jeffel eugenides von dem höre ich auch immer wieder was immer wieder was gesang der fluss krebse kennt man ich weiß nicht guck mal hier ist hang hang und dann ist hier marcus werner am hang aber dann ist auch die stokowski zwischendurch und ich weiß nicht was ist eine sortierung an dieser stelle wir lassen uns fallen wir kommen zum letzten regalfach für rate my bücher regal und hier haben wir eine große ansammlung von büchern so natürlich kafka am strand kennt man hier noch dann haben wir noch die frau no front die hatten wir auch schon ein paar mal und dann haben wir noch jonathan saffron fur wir sind das klima frank schätzingst der schwarm ich weiß nicht wo das thematisch hier hingeht aber ich kann mir auch vorstellen dass es einfach die zusammenmischung aller bücher ist die du vielleicht noch nicht gelesen hast weil hier auch noch ein paulo quello in der gegend rumhängt ich bin okay du bist okay gewaltfreie kommunikation nach schieß mich tot ist es die gewaltfreie kommunikation nach schieß mich tot ja freunde dann sage ich ein allerletztes mal wir kommen zu deiner beurteilung so liebe mascha deine bewertung sieht wie folgt aus deine sortierung machte im großen und ganzen schon das sind ab und zu waren roter faden erkennbar aber ab und zu war dieser rote faden auch deutlich durchbrochen ja es machte zum beispiel nicht viel sinn dass die murakamis irgendwie zerstreut alle in dem regal lagen aber irgendwie scheint es ein durchgängiges muster in allen regalen zu sein dass die murakamis irgendwie nicht beieinander stehen summa summarum würde ich dir für deine sortierung 35 sterne geben wir kommen zu deiner bücher auswahl bei dir fällt auf dass ein paar themen oder ein paar genre mich eben gar nicht interessieren da haben wir natürlich einmal dieses aber natürlich muss man sagen natürlich habe ich auch sowas wie kerstin gier auch gelesen aber diese ganze schüler ecke wird ja für mich wegfallen und dann würden einfach noch so ein paar bücher wegfallen die mich thematisch einfach nicht interessieren oder wo ich einfach nicht gern drüber lese deswegen würde ich dir für deine auswahl drei sterne geben wir haben schon ein paar überschneidungen bei einigen themen aber ich denke wenn ich zu dir sage hey ich möchte das von dir ausleihen und das von dir ausleihen und das von dir ausleihen dann komme ich schnell an die grenze von dem was ich von dir ausleihen möchte wir kommen zur optik bei der optik muss man natürlich sagen es ist weiß es ist ein regal es ist okay bei dir gefällt mir auch einfach dass es so passt mir gefällt auch dass du oben auf dem regal eben dekorativ bücher draufgestellt hast was sich eben sehr anbietet bei einem weißen regal weil diese fläche zwischen regal ende und decke eben oft sehr einsam und verlassen aussieht und wenn man das ein bisschen auffüllt und mit leben füllt dann sieht das ganze eben sehr viel besser aus du hast es eben dekorativ mit kinderbüchern gemacht oder dann eben diese bücher die du quergelegt hast die irgendwie so ein antiquarischen vibe geben prinzipiell hast du minimal deko und wirklich akzentuiert deko aber dort wo du deko hast und da wo du bücher dekorativ hingestellt hast da merkt man deutlich du hast dir so hingestellt damit die dekorativ sind und natürlich nicht zu verachten das katzenbild das katzenbild hat natürlich einiges gut gemacht deswegen würde ich dir für deine optik vier sterne geben für mich passt es so mit deinem weißen regal du hast wirklich gute akzente gesetzt und du hast den platz genutzt den du hast das heißt du kommst auf eine sternebewertung von 3,5 sternen vielen dank liebe mascha dass du mitgemacht hast vielen dank dass wir unsere nase in dein bücherregal stecken durften das heißt die heutige siegerin ist buch und papier herzlichen glückwunsch liebe buch und papier du bist buch und gleichzeitig papier danke an alle die mitgemacht haben danke an alle die überhaupt jemals bei diesem format mitgemacht haben ich hatte sehr viel spaß mit allen bücherregalen in die ich jemals meine nase stecken durfte und ich weiß es gehört einfach viel dazu jemanden aus dem internet sein bücherregal zu schicken und dann genau zu wissen okay die ist jetzt auch noch ehrlich von dem her danke ich euch wirklich von ganzem herzen dass ihr dieses format so unterstützt habt dass ihr dieses format so gefeiert habt aber ich denke wir können auch andere formate miteinander feiern und ich freue mich einfach auf die vor uns liegende gemeinsame zeit so freunde dann sind wir durch mit diesem format ihr könnt mich gerne wissen lassen welches bücherregal euch in dieser folge überzeugen konnte oder welches bücherregal konntet ihr durch all die folgen rate my bücherregal einfach nicht vergessen hallo martina weißt du noch dein bücherregal so freunde dann können wir auch schon feierabend machen vor den feiertagen das heißt ich wünsche euch wunderschöne feiertage genießt die feiertage wie auch immer ihr sie genießen wollt wenn ihr eure ruhe haben wollt ist okay wenn ihr bei eurer familie sitzen wollt ist okay wenn ihr alleine sitzen wollt ist okay genießt einfach die feiertage so wie ihr sie genießen wollt ich wünsche euch dabei viel spaß viel ruhe viele glückselige momente und viel liebe danke dass ihr dabei wart im letzten jahr in der letzten woche im letzten monat wie lange ihr auch immer dabei seid vielen dank dann hoffe ich ihr konntet ein bisschen inspiration mitnehmen ich wünsche euch noch einen schönen tag lasst euch nicht ärgern und bis zum nächsten mal ciao zahl Jetzt muss ich es so sagen. Nein. Das ist mein neues Profilbild. Oh Gott. Oh Gott.